Außerparlamentarische Opposition beschreibt eine Opposition, die außerhalb des Parlamentes stattfindet, weil sie entweder in den im Parlament vertretenen oder sonstigen Parteien kein Sprachrohr hat oder auch gar nicht haben will. Abgrenzung zur parlamentarischen Opposition Oppositionsparteien in einer parlamentarischen Demokratie können im Parlament vertreten sein, gehören aber nicht der Regierung an. Aber auch Parteien, die nicht im Parlament vertreten sind, werden im allgemeinen Sprachgebrauch nicht zur außerparlamentarischen Opposition gerechnet, wenn sie darauf abzielen, ihre politischen Ziele parlamentarisch zu erreichen. So wird zum Beispiel die FDP nicht zur außerparlamentarischen Opposition gerechnet, obwohl sie seit 2013 nicht mehr im Bundestag vertreten ist. Nicht nur in Staaten ohne demokratisch gewähltes Parlament und ohne frei organisierte Parteien äußert sich die Opposition häufig im Bereich der Kunst, der Kirche oder zum Beispiel innerhalb von Umweltschutzgruppen, aber gerade in diesen Staaten ist dies oft der einzige verbleibende Weg. Im Extremfall bleibt nur die Möglichkeit illegaler Untergrundarbeit des Widerstandes. Situation in Deutschland Eine außerparlamentarische Opposition kann sich in Deutschland vor allem auf die Grundrechte Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit berufen, um ihre Forderungen öffentlich darzustellen. Neue politische Strömungen beginnen ihre Arbeit meist erst außerhalb der Parlamente und kommen etwa über die Länderparlamente unter Umständen bis in den Deutschen Bundestag oder sogar bis in die Bundesregierung Deutschlands. Ein Beispiel für diesen Weg ist die Partei Die Grünen, die im Januar 1980 entstand und später als Bündnis 90 Die Grünen in einer Koalition mit der SPD von 1998 bis 2005 die Bundesregierung stellte. Die Apo in den 1960er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland verstärkte sich ab Mitte der 1960er Jahre mit der Studentenbewegung, die mit der Apo oft synonym gesetzt wird, die bis dahin bedeutendste außerparlamentarische Opposition in Deutschland. Ihre besonders von den Universitätsstädten ausgehenden Aktivitäten erreichten in den Jahren 1967 und 1968 ihren Höhepunkt. Die häufig in Bezugnahme auf diese Zeit ihrer Hochphase auch 68er-Bewegung genannte studentische Apo wurde im Wesentlichen getragen durch den Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Die Apo entwickelte sich aus der Opposition gegen die seit 1966 Regierende so genannt Große Koalition aus CDU und SPD unter Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und die von dieser Regierung geplante Notstandsgesetzgebung, die letztlich gegen die Proteste der Apo und das Votum der einzigen kleinen Oppositionspartei FDP durchgesetzt wurde. Die somit nahezu fehlende Opposition im Deutschen Bundestag und das verbreitete Gefühl, Durch keine der im Bundestag befindlichen Parteien angemessen vertreten zu werden, begünstigte das Erstarken der außerparlamentarischen Opposition. Des Weiteren forderte die Apo eine Demokratisierung der Universitätspolitik. Man war für die Elterngeneration, die sich nur für wirtschaftlichen Wiederaufbau interessiere, eine gesellschaftliche Verdrängung der Verbrechen des Nationalsozialismus vor und insbesondere die Tatsache, dass immer noch ehemalige Nationalsozialisten in hohen und höchsten Ämtern saßen. Die Apo kritisierte die Notstandgesetzgebung mit ihrer weitgehenden Entrechtung und Kontrolle der Bürger im Eventualfall, die die Assoziation an den Faschismus weckten. Außerdem schloss sie sich den weltweiten Protesten gegen den westlichen Imperialismus sowie die wachsende Gefahr eines Atomkrieges durch die atomare Aufrüstung der reichen Industrienationen, insbesondere der USA und dem Protest gegen den Vietnamkrieg an und solidarisierte sich mit der nordvietnamesischen Guerilla gegen die USA. Neben anderen Protagonisten der revolutionären Befreiungsbewegungen der sogenannten Dritten Welt, wie zum Beispiel Fidel Castro und Che Guevara, fungierten auch der Anführer der vietnamesischen Revolution und Begründer der vietnamesischen kommunistischen Partei Ho Chi Minh sowie Mao Tse Tung, der in China die Kulturrevolution eingeleitet hatte, als Gallionsfiguren auf Protestmeschen. Jedoch kritisierten einflussreiche Studentenführer wie beispielsweise Rudi Dutschke und Hans-Jürgen Kral nicht nur den mangelhaft vorangetriebenen Demokratisierungsprozess im Westen, sondern zugleich den durch Bürokratismus verfälschten Kommunismus im Osten, insbesondere den Sowjetkommunismus, der sich ohnehin durch die mörderische stalinistische Ära diskreditiert hatte. Sehr bald waren es nicht nur einzelne Politikfelder, in denen die Studentenbewegung in die gesellschaftliche Diskussion eingriff. Sie weitete ihre Kritik aus und forderte grundsätzliche gesellschaftliche Veränderungen in einem sozialistisch-revolutionären Sinn. Neue Formen des Zusammenlebens wurden ausprobiert, ebenso wie neue Formen des Protests und der politischen Aktion. Hierbei machte besonders die Kommune mit Wortführern wie Fritz Häufel, Dieter Kunzemann und Rainer Langhans von sich reden. Ihre politischen Happenings und Aktionen führten mehrfach zu Gerichtsverfahren, die ebenfalls als Plattform für spektakuläre Protestauftritte genutzt wurden. Unterstützung und theoretische Orientierung fand die Apo teilweise auch durch Intellektuelle und Philosophen wie etwa Ernst Bloch, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, den Vertreter des französischen Existenzialismus Jean-Paul Sartre und andere. Insgesamt blieb die westdeutsche Apo im Wesentlichen auf eher junge Menschen wie Studenten und Schüler beschränkt. Sie konnte in der Arbeiterschaft und im bürgerlichen und kleinbürgerlichen Milieu der Bundesrepublik Deutschland kaum Fuß fassen. Einige Chronisten der Zeit, wie Z. B. Jutta Dittwort, widersprechen dieser These jedoch und beziehen die Arbeiterschaft mit in die politische Bewegung ein. Dies war in Frankreich anders. Dort kam es zeitweise zur Solidarisierung der Gewerkschaften mit der Studentenbewegung. Was im Mai 1968 zu einer beinahe revolutionären Situation und im Gefolge von schweren Unruhen, Straßenkämpfen und Massenstreiks zu einer Staatskrise führte. Einem der Protagonisten der deutschen und der französischen Apo, dem deutsch-französischen Aktivisten und späteren grünen Politiker Daniel Cohn-Bendit, wurde 1968 auf Initiative von Staatspräsident Charles de Gaulle zeitweilig die Wiedereinreise nach Frankreich verweigert. Weitere Mitglieder der Apo waren Josef Joschka Fischer, Bundesaußenminister von 1998 bis 2005, und Matthias Belz, ein in den späten 70er und 80er Jahren bekannter Kabarettist. Ein Wendepunkt in der Geschichte der westdeutschen Apo trat ein. Als am 2. Juni 1967 während der Demonstrationen gegen den Staatsbesuch des iranischen Schahs Mohammed Reza Pahlavi der Student Benno ohne Sorg von einem Polizisten erschossen wurde, die Studentenbewegung radikalisierte sich, wurde zunehmend militanter und wandte sich verstärkt gegen die Springerpresse, namentlich die Bild-Zeitung, die für die aufgeheizte Stimmung gegen die Apo in der Bevölkerung verantwortlich gemacht wurde. Ein knappes Jahr nach dem Tod von Benno ohne Sorg wurde einer der prominentesten Wortführer des SDS, Rudi Dutschke, von dem Arbeiter Josef Bachmann durch Pistolenschüsse schwer verletzt. Dutschke überlebte das Attentat, starb aber 1979 an den Spätfolgen der Verletzungen, die eine Epilepsie bei ihm verursacht hatten. Nach 1969 spielte die Apo in der bisherigen Form keine nennenswerte Rolle mehr in der Bundesrepublik Deutschland, wenngleich es auch weiterhin außerparlamentarische Oppositionsaktivitäten gab. Neue soziale Bewegungen griffen seit den 1970er Jahren zumindest einzelne Politik- und Gesellschaftsbereiche auf, die teilweise auch schon durch die Studentenbewegung thematisiert worden waren. Neu hinzu kamen ab den 1970er Jahren die Themenbereiche und außerparlamentarischen Aktionsfelder Umweltschutz und Atomenergie, in denen sich auch viele ehemalige Apo-Aktivisten wiederfanden. Der SDS spaltete sich nach 1968 auf. Es entstanden verschiedene miteinander konkurrierende linke Zirkel und kleine kommunistische Splitterparteien, die in der politischen Landschaft zumindest auf parlamentarischer Ebene ohne nennenswerten Einfluss blieben. Der von Rudi Dutschke propagierte »Marsch durch die Institutionen« wurde in gewisser Weise von jenen umzusetzen versucht, die um 1980 die Partei »Die Grünen« als eine Organisationsform der Anti-Atomkraft, der Friedensbewegung und anderer neuer sozialer Bewegungen der 70er und 80er Jahre bildeten. Deren Gründer waren teilweise schon in der Apo-Aktiv. 1983 wurden die Grünen in den Bundestag gewählt, wo sie sich als parlamentarisches Spielbein der Bewegung verstanden. Dabei ihre Wurzeln und ihren Schwerpunkt zunächst weiterhin in den neuen sozialen Bewegungen sahen. Innerhalb weniger Jahre etablierten sich die Grünen zusehends als parlamentarische Kraft. Schon in der Anfangsphase nach der Parteigründung spaltete sich ein rechtskonservativer Parteiflügel ab. Grundliegende Konflikte zwischen sogenannten Pfandis und Realos führten jedoch bis heute, vor allem Anfang der 1990er Jahre, zu Austritten prominenter Ökosozialisten aus der Partei. Die damit einhergehende Anpassung und zunehmende Kompromissbereitschaft der Grünen gegenüber den herkömmlichen gesellschaftspolitischen Strukturen brachte den Grünen einerseits einen verstärkten Wählerzuwachs, andererseits einen bis in die Gegenwart zunehmenden Widerspruch in den außerparlamentarischen Bewegungen ein, auf die sie sich einst beriefen und dies bis heute teilweise noch immer tun. Ein kleiner Teil von Apo-Aktivisten um Andreas Bader, Gudrun Ensslin und anderen, zu denen später auch die Journalistin Ulrike Meinhof stieß, ging nach einigen Brandanschlägen auf Kaufhäuser unter anderem in den illegalen Untergrund und organisierte als Rote Armee Fraktion den bewaffneten Widerstand, Banküberfälle, Entführungen und schließlich auch Mordanschläge auf Protagonisten der deutschen Wirtschaft. Politik und Justiz gingen bis in die 1980er Jahre auf das Konto der RAF und anderer ähnlicher Untergrundgruppen wie etwa der Bewegung 2. Juni oder der Revolutionären Zellen und der Roten Zora. Außerparlamentarische Opposition und Massenbewegungen ab den 1980er Jahren als Gegenbewegung zu den Grünen, die einen parlamentarischen Weg wählten, etablierten sich in den 1980ern die Autonomen außerhalb der Parlamente im U.A. Bereich Anti-Atom, soziale Kämpfe, Mieterrechte, internationale Solidarität. Diese sind im Laufe der Jahrzehnte in alle Bereiche der außerparlamentarischen Opposition übergegangen. Um den Einfluss einer neuen Opposition zu verringern und diese zu kontrollieren, floß in den letzten Jahrzehnten viel Geld in Nichtregierungsorganisationen. In seltenen Fällen wurden exponierten Personenposten und Mandate angeboten. Teilweise werden Aktivitäten der Apoga von staatlichen Einrichtungen gekontert bzw. adaptiert. Anfang bis Ende der 1990er Jahre entwickelte sich eine starke antifaschistische Bewegung, siehe neue soziale Bewegungen. Im Falle des Mitbegründers von Attach Deutschlands Sven Giegold gelang es, eine außerparlamentarische Person der 1990er Apo für die Grünen ins EU-Parlament zu holen. Attach verlor daraufhin an Einfluss und wurde z.B. von Occupy Germany beerbt. Inzwischen haben die Grünen kaum noch Einfluss auf entscheidende Bewegungen außerhalb der Parlamente. Dennoch gehörten sie immer zu den Profiteuren in Form von Wählerstimmen. Ein Missverständnis zwischen Aktivisten der Apo und deren Sympathisanten. Im Spannungsfeld Apo-Parlament sind zuletzt die Piraten stark geworden. Diese brachten es aus dem Stand auf über 30.000 Mitglieder und in mehrere Parlamente. Wie die Vorfälle in Stuttgart und z.B. auch Hamburg im Winter 2013 vierzehntel belegen, ist die Apo in der Bevölkerung inzwischen weit verankert und es kommt z.T. zu wirklichen Volksbewegungen vor allem in den urbanen Zentren, ohne dass Parteien des Parlaments Einfluss auf diese Bewegungen hätten. In Wahlergebnissen haben zuletzt noch Grüne von diesen Bewegungen in Form von Wahlstimmen profitiert, werden aber längst nicht mehr als parlamentarische Arm der außerparlamentarischen Bewegungen begriffen. In Grundposition zu Wirtschafts- und Sicherheitsfragen, so belegen Umfragen und Studien, isolieren sich die parlamentarischen Parteien immer weiter von wesentlichen Positionen in der Bevölkerung. Die parlamentarischen Parteien können ihren Grundanspruch, die politische Willensbildung des Volkes zu bestimmen, immer weniger umsetzen. Das Parlament nimmt die Belange der Wählerschaft inzwischen nur noch als ein bestenfalls gleichberechtigtes Interesse z.B. zu den Interessen militärischer Bündnispartner, Wirtschaftslobbyisten, Judikativlobbyisten, Exekutivlobbyisten, außenpolitischen Richtlinien, Staatsresor und ähnlich war, dies wird mit zunehmender Entfremdung quittiert. Soweit die Vorwürfe der außerparlamentarischen Opposition gegenüber den etablierten Parteien. Um das Parlament zu stärken, bedarf es Mitglied stärker in der Bevölkerung verankerter Parteien. Dies hat noch keine Apo geschafft ohne parlamentarisch zu werden. Lediglich die verbotene SPD und die verbotene KPD waren sehr einflussreiche und starke politische außerparlamentarische Parteien. Aufgrund des Verbotes unfreiwillig. Die K-Gruppen der 70er gingen zum Teil in den Grünen und später in den Linken auf. Die Kommunistische Partei Deutschlands des Kommunistischen Manifestes war 1848 als außerparlamentarische internationalistische politische Kraft gegründet worden. Die Suffragetten waren ebenfalls notgedrungen außerparlamentarisch, da es zu deren Zeit kein Frauenwahlrecht gab. In der Türkei Z.B. sind heute auch viele der in der Apo aktiven Parteien verbotene Parteien. So auch die namensgebende Apo in Westdeutschland, sie war eine Reaktion auf die 1956 verbotene KPD. Die konservativen Protestbewegungen von Teilen der Gesellschaft, die sich in der aktuellen Politik sowohl von der Regierung als auch von der Opposition nicht mehr vertreten fühlen, werden von einigen Medien als neue Form der außerparlamentarischen Opposition bezeichnet. Die Aufarbeitung der Akten der ostdeutschen Staatssicherheit hat gezeigt, dass eine Reihe von Mitgliedern der Apo Kontakte zur Stasi hatten. Wie die Kontakte zwischen Apo und Stasi zu bewerten sind bzw. Inwieweit die westdeutsche Apo durch die Stasi beeinflusst war, ist in der Forschung umstritten. Hubertus Knabe vertritt die Auffassung, die Apo sei von der Stasi unterwandert und wesentlich beeinflusst worden. Gruppen wie die DKP oder die westdeutsche Friedensbewegung wurden zudem finanziell von der DDR unterstützt. Siehe auch 68er Bewegung Die Transformation der Demokratie Mai Unruhen Neue soziale Bewegungen Soziale Bewegung Neue Linke K-Gruppen Zivilgesellschaft 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 Vielen Dank.